Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Märkte im Fokus-Webinar. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Societe General Produktexperte. Das heißt, Sie können mir über Optionsscheine und Zertifikate reden, wenn Sie Fragen haben. Das heißt, rufen Sie uns an, wenn da Bedarf besteht. Ansonsten freue ich mich hier heute, Ralf Fayyat, unseren unabhängigen, zertifizierten technischen Analysten, vorstellen zu dürfen. Wir werden uns heute Ihre Wunschwerte anschauen. Das heißt, wenn Sie den ein oder anderen Einzelwert haben, Rohstoff oder Währungspaar, was auch immer, schreiben Sie es mir im Chat und wir werden diese dann im Rahmen des Webinars charttechnisch beleuchten. Soviel von meiner Seite. Ich freue mich, dass er da ist. Schönen guten Morgen, Ralf. Was hast du so für uns die Woche? Ja, schon guten Morgen, Holger. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Zunächst, wie immer, ein kleiner rechtlicher Hinweis. Diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Ja, und wie immer auch ein kurzer Blick zurück, was in der vergangenen Handelswoche hier sich getan hat an den Märkten. Wir sehen hier, ja, hierzulande beim DAX, beim Eurostox nicht viel Bewegung, auch beim chinesischen CSI 300 nicht. Die Musik spielte klar in den USA und hier angetrieben von den Technologiewerten und Chipwerten, insbesondere die Zahlen von Taiwan Semiconductor, die haben hier beflügelt und einige positive Analysten Aussagen zum Thema KI. Und hier waren hier ganz klar Nvidia, AMD und Co. die Kurstreiber. Wir haben außerdem, ja, insbesondere in den USA ganz gute Konjunkturdaten gesehen. Auch die Verbraucherstimmung der University of Michigan hat sich deutlich aufgehellt. Das zeige ich gleich auch an der Tabelle. Ansonsten die Markterwartungen in Sicht der Leitzinssenkungen. Die sind deutlich zurückgekommen, also insbesondere natürlich, was jetzt den Zeitpunkt angeht. Dazu habe ich dann auch gleich noch eine Tabelle. Wir sehen hier ansonsten, ja, der Dollar gestiegen, auch die Anleiherenditen sind gestiegen, also die Technologiewerte haben sich hiervon allerdings nicht negativ beeindrucken lassen. Wir haben, ja, nachdem wir bei den großen US-Indizes bereits Allzeithochs gesehen haben, mit Ausnahme des S&P 500, haben wir in der vergangenen Woche jetzt auch noch ein entsprechendes positives Signal von diesem marktbreiten Index bekommen. Ja, und wenn wir uns hier anschauen, die Verbraucherstimmung nach Leserter University of Michigan, hier der stärkste Anstieg seit dem Jahr 2005 im Januar von 69,7 auf 78,8. Das war auch deutlich höher als die Konsensschätzung der Analysten zugleich sinkt, die ebenfalls in dieser Umfrage erhobene Inflationserwartung der Verbraucheraufsicht der nächsten ein Jahre und fünf Jahre. Also hier, ja, insofern ein sehr konjunkturell stützendes Bild. Die Verbraucherpreise, die erfallen ja auch tatsächlich recht deutlich. Ja, ein bisschen Statistik. Wir haben ja, wie erwähnt, im S&P 500 ein neues Allzeithoch gesehen. Das Ganze nach längerer Zeit. Und wenn man hier mal sich anschaut, ja, wenn es mehr als ein Jahr gedauert hat, wie eben auch in diesem Fall, dass ein neues Allzeithoch gemacht wird, dann haben wir hier statistisch eine recht, ja, positive Ausgangslage. Wir sehen hier eine Durchschnittsrendite auf Sicht der nächsten zwölf Monate von 11,8 Prozent. Median sogar noch höher, 13,3 und vor allem hier die Trefferquote mit 92,3 Prozent. Und recht beeindruckend hier sieht man die Durchschnittswerte für alle Jahre insgesamt, also deutlich niedriger. Also das ist klar ein Positivum. Wenn wir uns hier die Erwartungen hinsichtlich der FED-Light-Zinsen anschauen, dann sehen wir eben eine Verschiebung in der vergangenen Woche. Also die Erwartungen, dass bereits in der März-Sitzung, also im Januar, in der Januar-Sitzung, jetzt hier am 31. hat niemand eine Änderung der Leitzinsen eingepreist. Aber es war halt im März überwiegend davon ausgegangen worden, anhand der FED-Funds Futures zumindest, was die Einpreisung angeht, dass hier die erste Zinssenkung erfolgen könnte um 25 Basispunkte. Das Ganze ist also unter die 50-Prozent-Schwelle gerutscht in der vergangenen Woche. Also es geht jetzt eher in Richtung Mai. Im Mai wird jetzt überwiegend für die Mai-Sitzung eben eine erste Leitzinssenkung eingepreist. Und wenn wir uns anschauen, was hier die Sektoren-Performance angeht auf globaler Ebene, bezogen auf den S&P Global 1200 Index, dann sehen wir hier ein identisches Bild zur vergangenen Woche. Da kann man sagen, die Technologiewerte hier ganz klar, die Kurstreiber, gefolgt von den Kommunikationsdienstleistern. Ja, und hier eher defensive oder auch zyklische Werte ganz klar hier im Hintertreffen. Also wir haben hier eine sehr gespaltene Entwicklung. Ja, auch in Asien sehr gespalten. Der Nikkei beispielsweise im Bereich eines 34-Jahreshochs, year-to-date, also seit Jahresanfang, hat der Nikkei bereits rund 9 Prozent zulegen können, während der chinesische CSI 305 Prozent verloren hat. Und ja, der Hang Seng notiert im Bereich eines 19-Jahres-Tiefs. Also hier ist der Spread extrem auseinandergegangen, auch was die fundamentale Bewertung angeht. Also der Nikkei beispielsweise im KGV 21 und der Hang Seng im Bereich um die 8, sowohl was die absolute als auch die relative Bewertung zu den US-Werten angeht, haben wir hier ein historisches Extrem erreicht. Insofern, ja, mal abwarten, ob sich hier möglicherweise demnächst eine Änderung ergibt. Charttechnisch ist die allerdings noch nicht auszumachen. Ja, schauen wir uns die Performance in den USA an, in der verkürzten Handelswoche. Wir haben ja am Montag Feiertag gehabt und da sehen wir hier ganz klar der Nasdaq, also Spitzenreiter mit 2,86 Prozent im Wochenvergleich und gefolgt vom marktbreiten normalen S&P 500 mit 1,17 Prozent und der gleichgewichtete, also wo alle Werte eine gleiche, mit gleicher Wertung in die Berechnung eingehen, der S&P 500 Equal Rate Index, den sieht man hier mit 0,16 Prozent im Minus tatsächlich auf Wochensicht und noch ein schwächeres Bild liefern, die Nebenwerte hier im Russell 2000 gemessen am ETF IWM, also 0,41 Prozent. Der Tenor geht also im Moment wieder in Richtung der Entwicklung des vergangenen Jahres, das heißt einige wenige Technologiewerte ziehen die Märkte nach oben. Die Marktbreite ist schlecht und das ist aus der charttechnischen Perspektive ganz klar ein Negativum, das sich aber eben nicht unbedingt zeitnah auswirken muss, dass eine solche Entwicklung kann durchaus eine Weile andauern, aber es gibt hier nicht so in diesem Extrem nicht so viele historische Vergleichspunkte, also 1999 hat man eine ähnliche Situation und 1973 mit dem Nifty Fifty, 1999 waren es die Internet- und Telekom-Werte, wo wir eben eine so schlechte Marktbreite hatten und danach kam es dann eben zu einem Bärenmarkt mit jeweils rund 50 Prozent Minus. Ja, schauen wir uns die Wahljahre nochmal an, wir haben ja eine Präsidentschaftswahl in den USA und abweichend vom normalen Zyklenverlauf, normalen saisonalen Verlauf sehen wir hier eine Schwäche, die sich insbesondere hier so im März herum bemerkbar macht und erst ab einem Tief eben im ersten Quartal sehen wir hier eine stabilere Aufwärtsbewegung, bevor wir dann wieder eine klassische Herbstkorrektur erwarten dürfen und dann nach der Wahl, die in dem Jahr am 5. November, glaube ich, stattfindet, dann haben wir hier einen deutlicheren Rückenwind, wenn dann eben die Unsicherheit entwichen ist, wer denn nun der neue oder alte Präsident sein wird. Und wenn wir uns die Anlegerstimmung hier bezogen auf den DAX anschauen, gemessen von Animus X, sehen wir hier, dass die Stimmung doch deutlich zurückgekommen ist, weiter auf dem Rückzug, also die Anleger-Euphorie und man muss allerdings sagen, wir sind hier noch nicht auf Niveaus, wo sich aus diesem Indikator heraus, also aus der Stimmungslage heraus, ein Einkauf-Argument ergeben würde. Da müssten wir noch ein bisschen weiter fallen. Zuversichtlich stimmt hier die mittelfristige Erwartungshaltung, die ist zuletzt deutlich wieder angestiegen, also die Rückkaufneigung für den Fall von deutlicheren Rücksetzern ist hier angestiegen und ja, wenn wir hier noch einen weiteren Rückgang in der kurzfristigen Erwartungshaltung bekämen, dann könnte sich daraus durchaus ein antizyklisches Kaufsignal ergeben von der Sentiment-Seite. Ideal wäre es natürlich, wenn wir hier ja eine entsprechende Fortsetzung, auch preislich der Korrekturbewegung sehen würden. Das würde dann eben hier schön zusammenpassen, sowohl von der preislichen als auch von der zyklischen Seite. Ja, wenn wir uns die Trading-Termine anschauen in der laufenden Woche, ja, wir haben heute schon wieder die PBOC gehabt, die hat die Loan Prime Rate bekannt gegeben, also einen der vielen Leitzinsen, das ist also der Zinssatz, zu dem die Banken in China hier ihre Kredite vergeben. Wie erwartet, gab es hier keine Veränderung. In der vergangenen Woche waren ja schon die MLF, der Leitzins MLF hier, das war dann allerdings eine Überraschung, nicht gesenkt worden. Also die PBOC, die Chinesen, die halten sich weiter zurück, die hoffte Bazooka, geldpolitisch, die bleibt aus. Also die Konjunkturdaten sind ja nicht allzu rosig und insofern ist die Hoffnung und Erwartung auch teilweise vieler Analysten eben, dass da mehr kommt, was dann eben hier dem, der Konjunktur dann ein bisschen Rückenwind verleihen würde, aber wie gesagt, bislang eher bescheiden, was da kommt. Ja, wir haben ansonsten am Mittwoch die Einkaufsmanager-Indizes von S&P Global im Fokus, für die Eurozone Großbritannien und auch für die USA, da wird für der ISM-Index nicht veröffentlicht in dieser Woche, deswegen blicken die Anleger da sicher auf die entsprechenden PMIs von S&P Global etwas genauer. Ach ja, die noch erwähnenswerte Bank of Japan mit der Zinsentscheidung, also der Marktkonsens ist, dass hier also nichts kommt und erst im weiteren Verlauf, insbesondere für die März-Sitzung, wird dann eine Leitzinsanhebung erwartet und das könnte dann durchaus entsprechende Implikationen auch für den Yen und für den Carry Trade haben, wenn hier ein großer Pivot der Bank of Japan erfolgt. Ja, am Donnerstag dann der IFO-Geschäftsklima-Index, also der wichtigste konjunkturelle Frühindikator für den Januar im Fokus, die EZB-Zinsentscheidung, dann natürlich auch sehr wichtig, auch hier wird nicht mit einer Änderung der Geldpolitik gerechnet, aber mit Hinweisen und auch eben im Vorfeld natürlich bei der Sitzung selbst mit einer Diskussion, wann denn nun die ersten Leitzinssenkungen kommen könnten. Also die Aussagen der Notenbanker, sowohl von der EZB als auch von der FED, gingen zuletzt klar dahin, die Erwartungen auch zeitlich ein bisschen nach hinten zu schieben, vielleicht dann für das dritte Quartal. Ja, wir haben dann noch die BIP-Daten, die ersten für das vierte Quartal aus den USA, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die auch in der vergangenen Woche wieder positiv überrascht haben, mit einem recht niedrigen Wert und dann die persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA für den Dezember wichtiger da ist. Allerdings die gleichzeitig veröffentlichten Inflationsdaten, also der PCE-Deflator, der sogenannte PCE-Preisindex, der das favorisierte Inflationsmaß der Notenbank FED darstellt. Gut. Ja, dann von der Unternehmensseite. Ja, wir haben aus dem DAX in dieser Woche die Zahlen von SAP und Sartorius. Ansonsten stehen hier, denke ich, insbesondere die Technologiewerte, die ersten Netflix, Texas Instrument, dann natürlich auch Tesla im Fokus, ASM Holding, ein weiterer wichtiger Chipwert und mit Intel natürlich ebenfalls hier die Chipwerte und mit STMicroelectronics im Fokus. Also möglicherweise sehen wir hier nochmal Impulse von dieser Seite für diesen sehr stark, insbesondere mit Blick auf KI gehypten Bereich. Ja, dann gehen wir in die technische Analyse. Und wie immer fangen wir hier mit dem DAX im Wochenchart an, also das Big Picture. Und wir sehen hier diese seitwärts, leicht abwärts gerichtete Korrekturphase unterhalb des Rekordhochs hier bei 17.000. Und drei Punkten hielt auch in der vergangenen Woche an. Wir haben ja ein neues Mehrwochentief markiert, konnten uns aber von den Tiefs deutlich absetzen und ja, was positiv zu bemerken ist, ist, dass wir dieses alte Rekordhoch hier bei 16.529 zumindest per Wochenschlusskursbasis bislang im Rahmen dieser Seitwärtskorrektur verteidigen konnten. Knapp darunter haben wir das 23,6% Fibonacci Retracement, diese impulsiven Aufwärtswelle. Also im Moment hält sich der Markt noch recht stabil. Rein von der Wellensituation könnte man durchaus argumentieren, dass wir hier eine Welle 4 ausbilden, was RJ-Wallentechnisch hier eine weitere Aufwärtswelle im Rahmen dieses Aufwärtsimpuls erwarten lassen würde. möglicherweise, also da bräuchten wir allerdings hier ein neues Hoch über 17.003 und idealerweise über 17.045. Dann hätten wir eine Bestätigung, dann würde hier bereits diese nächste mittelfristig interessante Zielzone in den Fokus rücken. Die 17.500 bis 18.000 Punkte sollten wir es tatsächlich zeitnah erreichen, dann wäre hier spätestens an dieser Stelle mit einer Schwächephase, mit einer deutlicheren dann zu rechnen. Sollten wir hingegen jetzt hier diese Seitwärtskorrektur etwas auf der Unterseite dynamisieren zu einer normalen, in Anführungszeichen, Abwärtskorrektur, dann würde hier insbesondere das 38,2 Fibonacci Retracement dann in den Fokus rücken bei 16.097 Punkten. Das wäre eine plausible nächste relevante Marke. Knapp darüber haben wir hier steigend die 40-Wochen-Linie und die 100-Wochen-Linie. Also das ist dann hier auch nochmal eine wichtige Auffangregion aus heutiger Sicht, muss man klar sagen. Also jeder Rücksetzer hier im ersten Quartal ist aus aktueller Sicht eine potenzielle Chance hier auf der Long-Seite nochmal die Korrektur hinein, zumindest dann auf einen nochmaligen Test dieser aktuellen Widerstandsregion oder eben sogar auf eine Ausdehnung der Rallye hier in Richtung 17.000 bis 18.000 zu spekulieren. Sollten wir hingegen signifikant unter die entsprechenden Marken rutschen, also unter die 40-Wochen-Linie, die eben der 200-Tage-Linie entspricht, dann wäre eine Neubewertung der Situation erforderlich. Ja, der Tageschart hier, da sehen wir diese korrektive Abwärtstrendlinie, die könnte heute möglicherweise attackiert werden. Wir sehen hier am Freitag hat diese Erholungsrallye vom Mittwochstief ihren Widerstand gefunden an der 20-Tage-Linie und per Tagesschluss gelang es auch nicht, diese Abwärtslücke hier zu überwinden vom 16. Januar. Heute sehen wir hier einen Anstieg darüber. Bleibt abzuwarten, ob das hier per Tagesschluss gelingt. Die Trendlinie aktuell bei 16.716 Punkten. Ein Tagesschluss darüber wäre dann ein positives Indiz natürlich mit Blick auf diese übergeordnete Korrekturphase. Dann über 16.839. Ich hätte noch mal eine Bestätigung, dass zumindest diese Hochseer vermutlich getestet werden dürften bei 16.963, 17.003 Punkten. Und ja, darüber wurde eben dieses Szenario an der Welle 4 bestätigt mit der Chance nochmal in Richtung 17.5 anzusteigen. Also hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, dürfte sich aber vermutlich in dieser Woche herauskristallisieren, ob hier der DAX es den US-Märkten gleich tun kann. Ja, schauen wir uns als nächstes den Dow Jones Index an. Auch hier haben wir am Freitag einen Ausbruch gesehen, also nicht nur beim S&P 500, also ein neues Allzeithoch hier. Ja, wir haben hier das obere Bollinger Band erreicht. Knapp darüber haben wir hier diese Eindämmungslinie entlang der vergangenen Hochpunkte. Also unter Chance-Risiko-Aspekten ist das jetzt auch nicht ganz so prickelnd. Aber die Struktur ist hier ähnlich im Sinne einer Welle 4, sodass wir jetzt hier quasi eine finale Welle ausgehend bezogen jetzt auf das Oktober-Tief erwarten dürfen. Und ja, wir haben hier, wenn es also gelingt, hier nochmal per Tagesschluss was draufzusetzen und dann die Eindämmungslinie rauszunehmen bei etwa 38.200, dann würde hier bei etwa knapp über 39.000 Punkten ein nächstes Ausdehnungsziel, hier ein Fibonacci-Extensionsziel in den Blick rücken. Und möglicherweise sehen wir dann an dieser Stelle den typischen Rücksetzerbeginnen in Richtung eines Tiefs im Februar-März. Ja, ansonsten diese Support-Zone kurzfristig natürlich jetzt hier weiterhin kritisch. Also, ich suche mal raus, das ist also hier diese alte Best-Marke mit diesem Konsolidierungstief haben wir dann eine wichtige kurzfristige Support-Zone bei 36.953 bis, ja, man kann hier letzten Endes das untere Bollinger-Band bei 37.160 Punkten, als die obere Begrenzung dieser Support-Zone definieren. Halten wir uns da drüber, bleibt hier die Rallye in allen Zeitebenen intakt, rutschen wir drunter, wäre das ein Signal dafür, dass wir eine kräftigere Korrekturphase bekämen und dann wäre hier insbesondere die Steigung der 50-Tage-Linie aktuell bei 36.414 Punkten und diese horizontale Support-Zone im Bereich etwa 35.600, 35.700 Punkten relevant als dann mögliche antizyklische Einstiegsgelegenheiten, falls es dann dort zu entsprechenden Stabilisierungsanzeichen käme. Ja, ein Blick auf den Nasdaq, also ganz klar hier, wie man sehen kann, zunächst einmal am Donnerstag bereits ein neues Allzeithoch, also relative Stärke und dann auch am Freitag der Anstieg auf ein weiteres Allzeithoch nochmal hier mit relativer Stärke versehen, also die alte Bestmarke, die wir hier im November 2021 markiert haben, haben wir zunächst einmal hinter uns gelassen nach dieser Seitwärtskorrektur. Ja, wir hätten hier, wir haben hier eine Fibonacci-Projektionsmarke abgearbeitet, weitere Marken wären hier 17.414 und vor allem diese Zone hier im Bereich etwa 17.615 bis 17.806. Das wäre eine plausible Region, wo man hier Gewinnmitnahmen erwarten dürfte und ja, möglicherweise dann auch das Einsetzen einer saisonalen Schwächephase in Richtung Februar, März hinein. Ansonsten auf der Unterseite würde ich jetzt hier erst unter 16.561 Punkten ein verlässliches Indiz für den Beginn einer deutlicheren Korrekturphase erblicken. Im Idealfall sollte jetzt hier in den kommenden Tagen diese Aufwärtslücke natürlich nicht mehr geschlossen werden per Tagesschluss. Also die 16.997 Punkte Tagesschluss darunter wäre als Warnsignal aufzufassen, dass das hier möglicherweise ein zumindest temporäres Top, ein temporärer Hochpunkt gewesen sein könnte. Aber wie gesagt, hier eine verlässlichere Bestätigung hätten wir erst, wenn diese Aufwärtsrennlinie und insbesondere das Reaktionstief eben bei 16.561 gebrochen werden würde. Auch in dem Fall wäre dann die 50-Tage-Linie steigend aktuell bei 16.283 Punkten von Interesse als mögliche nächste Auffangregion. Ja, ein Blick auf Euro, US-Dollar. Hier sehen wir einen Stabilisierungsversuch im Bereich der stützenden 200-Tage-Linie hier in blau dargestellt. Ja, Dynamik auf der Oberseite sehen wir hier aktuell nicht. Die 50-Tage-Linie, die 20-Tage-Linie, die gebrochene Aufwärtstrendlinie und das Hoch der letzten Konsolidierung sind gestaffelte Widerstandsbereiche, die es dem Währungspaar schwer machen dürften, zeitnah hier dynamisch nach oben durchzustarten. Ich will jetzt die Situation als neutral bewerten, also die Situation insbesondere oberhalb des Reaktionstiefs. Hier 1.0844. Wenn wir hier drunter rutschen würden, hätten wir ein ganz kurzfristiges bärisches Signal. Und dann würde allerdings hier bereits im Bereich um die 1.0724 bis zu 100-Tage-Linie aktuell bei 1.0771, das wäre dann hier die zu erwartende nächste Zielregion. Und hier wäre dann auch im Zweifel davon auszugehen, dass Kaufinteresse wieder reinkäme, dass also die Leute, die hier kurzfristig dann die Short-Seite gespielt haben, ihre Gewinne mitnehmen. Und dann wäre entsprechend zumindest ein Bounce wahrscheinlich. Aber wie gesagt, letzten Endes brauchen wir hier auf der Oberseite einen Befreiungsschlag über diese rot dargestellte horizontale Widerstandsregion, die sich bis 1.1017 erstreckt. Und erst dann wäre ein Signal gegeben, dass sich hier dieser übergeordnete mittelfristige Aufwärtstrend zeitnah fortsetzen könnte. Dann natürlich mit einem nächsten Ziel hier im Bereich knapp unter 1.11 bis auf 1.1150 etwa. Und das wären dann die nächsten Kurzfristziele. Wenn man sich hier das längerfristige Bild anschaut, dann sieht man allerdings hier, dass keine Dynamik mehr gegeben ist, sondern dass das Ganze die Gestalt einer volatilen Seitwärtsbewegung hier oberhalb der 1.04 und unterhalb der 1.13 darstellt. Blicken wir auf den Goldpreis. Also hier, ja, Gold im Verhältnis zu den anderen Edelmetallen noch recht stabil, aber mit Blick auf die doch eigentlich sehr positive saisonale Phase bei den Edelmetallen muss man ganz klar das Ganze als Enttäuschung verbuchen. Ein gewisses Anhaltszeichen dafür, dass sich die positive Saisonalität hier möglicherweise nicht unmittelbar durchsetzt. Wir haben die Sentimentdaten bereits geliefert. Also der Optimismus sowohl in Gold als auch Silber war hier recht hoch. Und das hat sich auch noch nicht so ganz abgebaut. Also insofern muss man einplanen, dass wir noch möglicherweise eine Etage tiefer auffallen könnten in Richtung der 200-Tage-Linie. Die ist aktuell bei 1.963 und bildet hier eine Zone, die bis etwa 1.978 US-Dollar geht. Also das wäre dann wieder eine interessante Auffangregion. Wir sehen hier, dieser Support wurde temporär unterschritten. Aber hier wieder zurückerobert. Diese Zurückeroberung ist allerdings nicht recht von Dynamik geprägt. Wir sehen hier die gleitenden Durchschnittslinien auch eher seitwärts tentierend. Also die 20- und die 50-Tage-Linie. Insofern lässt sich hier nichts ableiten in Richtung explosiver Kursanstieg oder dergleichen. Wir müssten hier diese Widerstandsregion knacken, also die 2064 bis 2088. Dann hätten die Bullen wieder das Rudel übernommen. Dann wäre natürlich hier das Interday-Rekordhoch im Bereich 2.136 US-Dollar wieder auf dem Schirm. Und darüber hinausgehend haben wir hier noch offene Extensionsziele. Wie gesagt, die bleiben aber erst einmal in der Schublade, solange wir diese Hürde nicht genommen haben. Und auf der Unterseite, wie gesagt, wäre es natürlich schön zu beobachten, wenn wir jetzt hier nochmal eine Fortsetzung dieser korrektiven Abwärtsbewegung sehen, dass sich dann, wenn die Kurse, beziehungsweise falls die Kurse hier dieser Zone erreichen würden, dass dann auch die Sentimentwerte sich entsprechend abgekühlt hätten. Das würde etwas zuversichtlicher stimmen, dass mit etwas Verspätung dann noch einmal die positive Saisonalität in Richtung Februar hin sich durchsetzen kann. Ja, blicken wir als letztes auf den Brentölpreis und dann nehmen wir die Wunschwerte rein. Also hier nicht viel passiert. Also wir sehen, die geopolitischen Spannungen haben hier nicht zu einem Befreiungsschlag geführt. Wir haben hier massive Widerstandsthemen auf der Oberseite. Würden wir die nehmen, was möglicherweise aber nur mit entsprechenden spektakulären Maßnahmen oder geopolitischen Entwicklungen passieren dürfte, dann wäre hier noch einmal deutlicheres mittelfristiges Aufwärtspotenzial gegeben, also insbesondere über 84,51 Dollar. Ansonsten bleiben wir hier noch volatil seitwärts und damit neutral. Und auf der Unterseite haben wir Supports bei 74,77 und dann diese langfristig bedeutsame Unterstützungszone oberhalb von 70 bis etwa 72,97 US-Dollar. Das wären antizyklisch interessante Einstiegszonen mit einem entsprechend engen Stop-Loss. Also wir sehen hier, die Situation im Roten Meer führt jedenfalls beim Öl nicht zu steigenden Kursen, aber bei den Frachtraten sehr wohl. Also die Frachtraten sind sehr, sehr deutlich gestiegen, beispielsweise von Shanghai nach Rotterdam. Und das Ganze ist im langfristigen Chart eigentlich nur noch vergleichbar mit der Situation nach der Corona-Pandemie, als die Frachtraten so stark gestiegen sind. Also insofern durchaus eine gewisse Gefahr, dass sich hier noch mal inflationäre Tendenzen durchsetzen, falls sich die Situation im Roten Meer nicht in absehbarer Zeit bessern sollte. Ja, dann, Holger, haben wir Wunschwerte, wenn ja welche? Ja, einiges. Also fangen wir mal an von oben nach unten mit der AMD. Also die Advanced Micro Devices und ja, dann kann hier unschwersehen, ich suche mal ein bisschen raus, dass wir hier auch hier in der vergangenen Woche ein neues Allzeithoch markieren konnten. Also wir hatten hier die Bodenbildung ebenfalls seinerzeit im Oktober 2022. Der erste Aufwärtsschub war dann hier bis auf das letzte Teilsegment noch relativ schwach ausgeprägt. Dann hatten wir ja diese bullische Keilformation, die hier aufgelöst wurde und damit ein Kaufsignal getriggert wurde. Und dieser Aufwärtstrend, der übergeordnete, hat dann ganz klar an Dynamik gewonnen. Wir sehen ja auch schön, dass Volumen begleitet die Rallye. Also das ist ein klar bullischer Chart, ja, mit dem Ausbruch auf die neue Bestmarke. Da könnte man anfangen von einer Nachhaltigkeit zu sprechen, vom preislichen Ausmaß hier, was die Überwindung des alten Rekordhochs angeht. Also bis dato keinerlei Anzeichen irgendeiner Schwäche. Schauen wir uns mal vielleicht den Wochenchart an. Dann können wir an der Stelle mögliche Extensionsziele ausmachen. Dann nehmen wir diese Bewegung. Dann hätten wir hier im Bereich 194 und 206 US-Dollar die nächsten mittelfristig relevanten Extensionsziele. Wir könnten an der Stelle hier auch noch Fibonacci-Projektionen fruchtbar machen, wenn wir hier diese erste Aufwärtswelle nehmen. Die 100 Prozent haben wir jetzt knapp überschritten. Und dann hätten wir hier mit dem 161 Prozent Projektionsniveau bei 220 US-Dollar eine weitere mögliche mittelfristige Zielzone. Sollten wir jetzt hier per Wochenschluss wieder unter die 164 Dollar rutschen, signifikant, dann müsste man das Ganze neu bewerten. Da hätten wir zunächst einmal natürlich einen Fehlausbruch vorliegen, was für eine deutlichere korrektive Phase sprechen würde. möglicherweise hier in Richtung 148, 150 oder in Richtung der steigenden 50-Tage-Linie aktuell bei 137 Dollar. Das wären dann hier nochmal mögliche Auffangbereiche, wo man dann antizyklisch die Longseite spielen könnte. So, nächster Wert wäre die ASM, nee, AMS OSRAM. Da muss ich einen Chat aufrufen. Also, das ist hier. Schwarz, nee, AMS OSRAM, ja. Machen wir nicht, nee, mehr Frankfurt. Also, hier haben wir die Frankfurter Notierung. Ja, man sieht unschwer, dass wir hier in einem primären Abwärtstrend uns nach wie vor befinden. Schauen wir uns das Ganze im Tageschart an. Dann sehen wir hier eine Erholungswelle zunächst einmal an der Tagelinie, dann eine Korrektur und jetzt läuft es hier so seitwärts. Also, gut möglich, dass wir nach diesem ersten Erholungsschub noch den klassischen zweiten Erholungsschub bekommen, im Sinne einer ABC-Korrektur. Dann wäre hier der Bereich der 200-Tage-Linie durchaus plausibel als mögliche Zielzone. Da haben wir auch hier horizontale Widerstandsthemen vorliegen. Also, möglicherweise eine Bewegung in Richtung 2,36 bis 2,85. 2,63. Zahlendreher bis 2,85. Das Ganze, wenn sich hier diese dreiecksfärmige Konstellation nach oben auflöst. Also, da wäre aus meiner Sicht jetzt ein Tagesschluss über der 100-Tage-Linie so ein erstes Indiz dafür, wenn das Ganze mit steigendem Volumen einhergeht. Also, die 2,25 Euro per Tagesschluss geknackt werden kann mit steigendem Volumen. Dann wäre das hier ein erstes Indiz dafür. Bestätigt wäre das Ganze über 2,45 Euro. Und sollten wir hier hingegen unter das Reaktionstief hier bei 1,95 Euro, 1,96 Euro rutschen per Tagesschluss. Dann wäre zu vermuten, dass es hier nochmal zu einem Retest der Tiefs zunächst einmal kommt bei 1,43 Euro. Was haben wir noch an Werten? Ja, als nächstes eine Freenet, bitte. Ja, also Freenet hier zuletzt durchaus mit Stärke vom Tief hier im August bereits einen Aufwärtstrend etabliert. Wir sehen hier allerdings mit Blick auf das längerfristige Chartbild eine wichtige Widerstandsregion hier im Bereich um die 26 bis 27 Euro. Man kann hier noch diesen Durchbruchspunkt mit dazu nehmen, der hier diesen Doppeltop hier bestätigt hat. Also 27,65 Euro etwa diese Widerstandszone, kann man sagen, steht aktuell unter Beschuss. Ich würde an der Stelle abwarten wollen, ob hier ein Durchbruch gelingt. Falls ja, haben wir natürlich im übergeordneten Chartbild ein Anschlusskaufsignal mit entsprechenden Potenzials. Ja, also ich nehme das mal hier raus, schauen wir uns nochmal die Situation im Wochenchart an. Also wenn wir hier diese Hürde knacken, da kann man durchaus jetzt hier auch eine leicht fallende Abwärtstrendlinie einzeichnen. Und wir sehen hier also den Versuch, da nach oben auszubrechen, wenn das Ganze glückt, haben wir natürlich entsprechend mit der Bestätigung hier über diese Widerstandsregion, also insbesondere wenn hier die 38 überquert werden können, Chancen durchaus dann in Richtung 32 bis 33 Euro mittelfristig betrachtet. Gehen wir nochmal zurück in den. Tageschart, da kann man jetzt an der Stelle, wenn man jetzt ganz mutig sein möchte und hier diesen Ausbruch handeln möchte, dann würde ich an der Stelle unter der 50-Tage-Linie und diesem Konsolidierungstief hier bei 25,54 Euro per Tagesschluss die Reißleine ziehen. Also wenn das Ganze hier per Tagesschluss unterschritten würde, die 50-Tage-Linie insbesondere, dann müsste man unterstellen, dass es zu einer kräftigeren Korrektur gäbe. Ja, vermutlich zunächst einmal in Richtung 24,62 und dann hier in Richtung der steigenden 100-Tage-Linie aktuell bei 24,19 Euro. Das wären dann die potenziellen Auffangregionen, wo man dann hier sich nochmal auf die Lauer legen könnte, antizyklisch auf der Long-Seite mit einem dann engeren Stop-Loss. So, na Adobe als nächstes, der Teilnehmer hätte zwar gern mehrere Wünsche, aber wir lassen nur immer einen Wunsch pro Person zu, ansonsten wäre das nicht ganz fair. Okay, also Adobe haben wir hier auch und da sehen wir hier, diese Widerstandszone wurde schon geknackt, das können wir mal hier rausnehmen und dann, das ist auch nicht mehr ganz aktuell, also wir sehen hier ganz klar auch bereits seit dem Oktober, ja hier sogar September tief, wenn ich das richtig sehe, 2022 einen intakten Hosset-Trend, haben aber noch nicht die alten Allzeithochs hier rausgenommen. Also wir sehen hier zuletzt ein Pullback an die steigende 100-Tage-Linie, die hat gehalten, also das würde ich jetzt hier mittelfristig als Reißleine nehmen. Dieses Ziel hier, 563,34 Dollar, da sollte man nicht mehr drunter rutschen, für das Szenario, dass sich hier der Aufwärtstrend zeitnah fortsetzt und wir haben hier insbesondere im Bereich 650, 653 eine nächste Zielregion. Also nach dieser dreiwilligen Korrekturphase, die wir jetzt hier möglicherweise nach diesem Inverted Hammer Kaufsignal hinter uns gelassen haben, am Freitag hier nochmal durchaus ein Anschluss-Kaufsignal mit dem Ausbruch, insbesondere hier über die 50-Tage-Linie signifikant, jetzt haben wir natürlich einen kleinen Widerstand bei 618,03 Dollar, die Oberkante dieser Absatzlücke, wenn wir hier per Tagesschluss drunter schließen, haben wir ein Anschluss-Kaufsignal, dann 633,89 als nächstes Ziel. Tagesschluss drüber würde die genannte Ziel- und Widerstandsregion hier knapp über 650 Dollar ins Spiel bringen und darüber wäre dann natürlich das Allzeithoch bei knapp 700 Dollar aktuell. Wenn man das Ganze hier sehr kurzfristig spielen möchte, dann würde sich hier ein Stop-Loss unterhalb dieses Konsolidierungstiefs anbieten. Also die 582,44 Dollar sollten per Tagesschluss nicht mehr unterschritten werden, damit sich die Sache hier zeitnah nach oben fortsetzt. Drunter wäre ein Test dieser solideren Zone zu erwarten, des Reaktionstiefs hier vom 5. Januar und der steigenden 100-Tage-Linie, aber dann wäre das Bild hier mittelfristig angeknackst, weil dann das Momentum flöten ginge. Dann wäre eher eine breitere Seitwärtsbewegung zunächst einmal zu favorisieren. So, als nächstes die Porsche AG, PAG 911. Okay, die Porsche AG. Ja, also ganz klar, kein sehr schönes Chartbild wie bei den meisten Automobilwerten. Ja, nach dem IPO haben wir den IPO-Preis jetzt hier von unten ganz klar zu betrachten. Also insofern haben wir natürlich keine historisch ableitbaren Unterstützungsthemen mehr vorliegen. Also der Trend in allen Zeitebenen weist abwärts, wenn wir hier überhaupt irgendetwas jetzt hier Positives sagen können wollen, dann sicherlich, dass eben hier die Situation extrem überverkauft ist. Also wir sehen hier im RSI-Indikator auch eine Bullish-Divergenz. So etwas ist zumindest mal für einen zeitnahen Bounce durchaus gut. Das haben wir hier beispielsweise an der Stelle auch gesehen. Da hatten wir eine dreiwillige Erholungsrallye, die prozentual gar nicht schlecht war. Hier dann eine eher seitwärts-aufwärts gerichtete Stabilisierungsbewegung. Und hier sieht man dabei, nachdem hier diese Trading Range nach unten aufgelöst wurde, sollte man vor dem Abarbeiten des entsprechenden Mindestziels überverkaufte Situationen im RSI-Indikator und auch in sonstigen Momentum-Indikatoren ignorieren. Und erst wenn hier der Trend reifer geworden ist, wie durchaus jetzt an dieser Stelle, kann man hier dem Indikator etwas mehr Gewicht verleihen. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass wir hier auch von der Preiskurve irgendwelche Signale bekommen müssten, dass es zumindest zu einer technischen Erholungsbewegung kommt. Also wir haben hier kein Candlestick-Kaufsignal, keine Bodenbildung, auch im ganz kurzfristigen Zeitfenster. Man kann jetzt an der Stelle natürlich hier diese Hochs hernehmen, also bei 75,24 Euro. Und hier dann beim Überschreiten dieses Niveaus, insbesondere auf Tagesschlusskursbasis unterstellen, dass eine gute Chance für eine technische Erholungsbewegung besteht. Aber wir haben hier im Bereich um die 78,58 Euro und 81 Euro dann bereits die potenziellen Ziele einer solchen technischen Gegenbewegung. Insofern sollte man hier nicht erwarten, dass die Bäume in den Himmel wachsen, wenn also so eine Erholungsrallye kommt. Solange man nicht im übergeordneten Zeitfenster, also eine mindestens mehrwöchige, besser mehrmonatige Bodenbildung bekommt, kann man hier jetzt noch nicht großartig einen Bullenmarkt ausrufen. Sondern wir bleiben hier im Zweifel bis zum Beweis des Gegenteils im Bärenmarkt. So, als nächstes etwas exotisch. Amphenol-APH, sagt dir das was? Nein, aber da schauen wir mal. Also APH, Amphenol, ja, York Stock Exchange. Ja, wir sehen jedenfalls mal einen intakten, übergeordneten Aufwärtstrend mit Allzeithochs. Ja, man kann hier an der Stelle diesen jüngsten Ausbruch dann nochmal als übergeordnetes Anschlusskaufsignal werten. Das Ganze, ja, ist jetzt hier in der Korrekturphase. Seitwärtskorrektur würde man das jetzt hier wohl am besten bezeichnen können. Also kein nennenswerter Verkaufsdruck in dem Rahmen. Das könnte sich hier möglicherweise auch in Richtung einer Welle 4 dieses Aufwärtsimpulses entwickeln. Lässt sich aktuell hier noch nicht sagen. Also das ist jedenfalls von der charttechnischen Seite alles recht konstruktiv, insbesondere solange hier dieser Support bei 93,89 US-Dollar und die steigende 50-Tage-Linie aktuell bei 93,63 Dollar nicht per Tagesschluss unterschritten werden. Solange also dieser Support intakt bleibt, könnte sich hier der Aufwärtstrend zeitnah fortsetzen und da könnte man jetzt an der Stelle, schaue ich mal ein bisschen im Übergeordneten, ob man da sinnvolle Projektionen hier ableiten kann. Ja, schauen wir mal im Wochenchart an der Stelle, machen wir mal die 400-Tage-Extension von dem Korrekturtief hier und dann sehen wir, ja, wir haben hier Gewinnmitnahmen im Bereich des 138,2% Extensionsniveaus gesehen. Würden wir jetzt an der Stelle per Tagesschluss über das Hoch gehen, also über die 99,93 Dollar, dann würden die 105 Dollar als nächstes Extensionsziel in den Blick rücken und da drüber 115,23 Dollar. Aber das bleibt abzuwarten, ja, und wenn wir eben einen Rutsch unter die 93,89 bekämen, dann müsste man einen Retest dieser horizontalen ehemaligen Widerstandsregion einplanen, also Richtung 88,89 US-Dollar. Das würde hier am bullischen übergeordneten Chartbild nichts ändern und würde nochmal eine antizyklische Long-Opportunität offerieren. So, dann nächster Wert wäre eine Boeing. Die Boeing hat ja ein bisschen federn lassen müssen und damit auch ein bisschen zeitweise den Dow belastet. Und wir sehen hier mit den negativen Nachrichten, die wir hier von Seiten wegfliegender Flugzeugtüren bekommen haben, eine kräftige Abwärtskorrektur. Ja, nach dieser ebenso kräftigen V-förmigen Rally vom TIFI im Oktober 2023, also das Ganze ist übergeordnet, durchaus im ganz langfristigen Kontext als Seitwärtsbewegung zu klassifizieren. Wenn wir jetzt das mittelfristige Chartbild etwas genauer anschauen, dann sehen wir, dass wir hier mit dem recht dynamischen Kursrutsch und vielen Abwärtslücken alle gleitenden Durchschnittslinien herausgenommen haben. Und dann am Freitag mit der Gegenbewegung hier zumindest die 200 und die 100-Tage-Linie per Tagesschluss zurückerobern konnten. Das ist ein, ja, könnte man hier als Hoffnungsschimmer hernehmen. Wir haben hier den Support dieser Kurslücke, also die 197,26 Dollar, relevante Marke für etwaige antizyklische Long-Positionen. Hier würde ich einen Tagesschluss unter dieser Kurslücke als Reißleinensignal sehen. Also darunter müsste man mit einem Retest des TIFs hier bei 176 Dollar rechnen. Und ja, nachdem wir hier diese Bullish-Harami-Kerzen gesehen haben und dieses Kaufsignal am folgenden Tag bestätigt wurde und dann am Freitag, wie gesagt, diese gleitenden Durchschnittslinien herausgenommen wurden, wurden, da haben wir aber das Problem, dass hier die Kurslücke bei 217,04 Dollar recht nahe als nächster wichtiger Widerstand fungiert. Also insofern kein interessantes Chance-Risikoprofil aktuell, ja, wenn wir diese Lücke per Tagesschluss überwinden würden, dann hätten wir etwas deutliches Potenzial, dann möglicherweise in Richtung der 50-Tage-Linie. Die steigt auch noch aktuell 231,35 Dollar, könnte hier ein plausibles Erholungsziel sein. Ansonsten würden wir hier diese TIFs noch einmal testen und dann nach oben abdrehen, dann könnte man das an der Stelle hier durchaus noch einmal als Möglichkeit betrachten für eine Erholungsbewegung. Aber ja, im übergeordneten Kontext müssten wir hier diese Widerstandsregion knacken, insbesondere hier nach oben abgrenzend mit der Abwärtslücke bei 245,04 Dollar. Also da brauchen wir einen Tagesschluss darüber. Dann hätten wir die Chance, zeitnah noch einmal in Richtung 267 und eventuell dann anschließend auch noch einmal hier in Richtung dieses Rallyehochs vom März 2021 bei rund 279 US-Dollar zu laufen. Okay, so jetzt haben wir das Problem, wir haben noch mehr als 10 Wunschwerte auf der Liste. Das werden wir nicht mehr schaffen. Deswegen eine andere Frage habe ich noch und zwar deine Einschätzung wird hier erfragt. Und zwar, was könnte die augenblickliche Tech-Euphorie stoppen und wann ist eine Korrektur zu erwarten? Vielleicht das zum Abschluss heute. Ja, was könnte die Tech-Euphorie stoppen? Naja, da lassen sich natürlich viele Dinge ausdenken, die man jetzt vielleicht an der Stelle jetzt noch nicht denkt. Ja, also natürlich auch negative Zahlen von den Tech-Werten, die ja jetzt dann die nächsten Wochen hereinkommen. Wir haben ja einige Chip-Werte mit Zahlen, auch Intel und ja, irgendwelche Aussagen in der Richtung. Also wann die Euphorie selber gestoppt wird, ist schwer vorauszusagen. Man kann natürlich argumentieren, wir sind schon ziemlich extrem natürlich, was die fundamentale Bewertung angeht. Wir sind von der Sentiment-Situation etwas zurückgekommen, von den letzten Euphorie-Hochs. Also durchaus vorstellbar, dass sich das Ganze hier noch fortsetzt. Ich habe ja vorhin einen Zyklen-Chart gezeigt. Das ist durchaus plausibel im Rahmen der zyklischen Entwicklung, dass dieses Jahr hier insgesamt nicht negativ endet, wenn auch möglicherweise nicht so stark positiv mit Blick jetzt auf andere Statistiken wie die ersten fünf Tage im Januar. Also dieses Barometer lässt eher erwarten, dass wir zwar positiv vielleicht schließen, aber nicht so wahnsinnig im Plus am Ende, sodass man durchaus rechnen kann, dass hier vielleicht diese typische Saisonalität im ersten Quartal durchschlägt und was dann der Anlass sein könnte. Das ist an der Stelle natürlich schwer zu sagen. Also wie gesagt, Quartalszahlen können es sein, irgendwelche nochmal Schwierigkeiten, was jetzt die Ausfuhrbeschränkungen von Chip-Technologie angeht, irgendwelche Verschärfungen möglicherweise, wären denkbar. Ansonsten kann man nur sagen, dass das Gummiband ist natürlich extrem gespannt, was letzten Endes dann zum Zurückschnappen führen wird und wann das genau sein wird, lässt sich an der Stelle noch nicht sagen. Wie gesagt, zyklisch sehr wahrscheinlich innerhalb des ersten Quartals ein deutlicher Rücksetzer, dann nochmal im Herbst ein deutlicher Rücksetzer, möglicherweise dann aber erst im nächsten und übernächsten Jahr die größere Trendwende denkbar. Also charttechnisch lässt sich hier jedenfalls noch nichts Negatives ableiten. Super, danke für die Einschätzung, Ralf. Und ja, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Handelswoche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.